Ich war gerade am looten, ich habe gerade einen Green Earth gesehen. Damit. Ich habe gerade zwölf Dinger noch. Ja, ich habe sechs. Aber ich kann zwei verwenden. Haben Sie schon mal einen Heli gesehen wie den, der uns gejagt hat? Kann gut sein. Ich meine, wir sind jetzt ja auch, treffen jetzt in kurzem wieder mit Bruce Redfield zusammen. Das ist lukrativ. Vielleicht haben die einen Ölbaron, der sie finanziert. Irgendwie müssen wir jetzt zu dieser Forschungsstation kommen, Unterwasser, wo du zu diesem mutierten Dings geworden bist. Ah ja, das war lustig. Ja, da kommen wir jetzt gleich mit den zwei Charakteren hier hin. Wir haben hier eine Kiste mit einem Skillfreund, falls du die haben willst, hier. Brauche ich nicht. Es geht ganz nicht für Loops. Ich meine, es wird jetzt eh nicht mehr so viele Gelegenheiten geben, die zu nutzen, aber... Was macht man halt, ne? Hier ist noch eine Kiste. Nur mal Skillfreund, geil. Ja, mehr an alle Schuld. Diese Terroristen haben auch unser Land bio-waffenlos gelassen. So geht die ganze Welt den Bach runter. Adlerauge, Junge. Und wir sind der Einzige, der sich endlich anbaut. Das ist echt schwer. Das waren wieder zwei Schüsse noch. Großartig. Und das ist der nicht so großartig. Ah, Junge, ich hörst mich. Guck mal, wie... Du bist einfach nur über das Hintern, das geklettert gleichzeitig mit mir. Und ja, aber dann ligge ich am Boden. Das ist voll die dominante Frau, die Sherry, ey. Was ist denn hier los? Schau dich ständig um, Maul. Oh, die Scheiße. Oh, die Arschlöcher sind überall. Oh, ne, der mutiert gleich. Die mutieren nicht, der. Warte, ich mach mal meinen Bergkommando raus. Ja, grad bringt das noch nichts. Wieso? Ist nur der eine... In diesen, äh... Bärenst du ein Ding hat, so ein bisschen... Ja. Wo ist das hingekrabbelt? Ach, da ist es. Ah, fuck you boy. Man kann ja mal aufhören, auf Kool zu tun und irgendwie vor sich hinzukotzen. Für die Musik Du 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 duu Du 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 duu Ich hab jetzt mega viel Minimition für die Die machen wir nur für BOWs Ich hab genauso viele Snipegeschüsse wie ich Elephantgungeschüsse habe Glaub ich eigentlich Zehn Ja, die tut hier wieder auf ganz cool der Ball, das hat mich abgehast. Kann er jetzt endlich mal sterben? Ach Junge! Nur der Schlüssel nach dem Elfen Schuss wieder auf. Ja, der hat, äh, der Action. Hat zwei sogar. Hat zwei sogar. Ja, der hat, äh, der Action. Was ist los mit ihm? Der hier? Ne, der ist jetzt aber weg. Die sind jetzt alle jeden zu den Starten geworden. Ja, die werden noch mal mutieren. Die ist ja das, äh, Tor eigentlich. Ja, schlecht, ne? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wir müssen irgendwie da rein. Ne, ich will aber nicht rein. Du, 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 du du, du! Du, 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 du du, 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 du du. Richtiges Musikstock hier, ey. Junge, das ist ne Wiederholung, äh, eine Modulation. Das ist eine Wiederholung, das ist eine Wiederholung, das ist eine Wiederholung, das ist eine Wiederholung. Ach der Name ist doch scheiße. Machst du doch ab bisschen mal hier. Ein bisschen abändern. Wie andere hält das abgeschrieben. Du hast'n 4. Du hast'n 4. Du hast'n 4. Genau. Sherry, sie ist offen! Er wird einfach so... Ey! Sie ist offen, jetzt bitte... Los, auf, sieh! Jake! 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 Wirklich Sherry! So, ähm... Plup! Andere Waffen... Waffen durchladen. Was mach ich noch? Nee, okay. Jetzt hab ich keine Heilmittel mehr. Dammit. Hm... Stolpert erstmals. Oh, da kommen sie. Junge! Kommt der aus drüben raus! Ey, der lebt schon. Ah! Kommt der auch von der Seite, Alter. Alter, was los? Der hat mir zwei Leben gezogen mit dem Move. Idiot mir auch. Und dann kommt der auch noch gleich wieder als Monster für's. Oh Gott, da ist noch der mit dir, Alter! Ich mach das nicht nur einmal. Die Elfen gerne abaltern. Ist die Tür. Haben wir noch irgendwie eine Kiste oder so? Ja, die schon geöffnet. Oh, hinter dir kommen jetzt gleich welche rein. Oh, hinter dir kommen jetzt gleich welche rein. Hä? Kommt der mir hier die Gegner? Und dann sagt der selber... Junge! Dann am Ende sag ich hier... 30 Gegner werden kill als du! So läuft das! Es ist so, ich schaff an, du gibst aus! Du bereitest vor, ich kill die Gegner! Gerechte Verteilung von allen Dingen! Ich bewahr mir meine Macken... ...Molition. Ich hab das Gefühl, wir brauchen die noch. Ja, ich glaub auch wir brauchen es ja, aber... Was ist das denn hier? Ich hab halt jetzt grad so viel... Wenn die Macken leer ist, kann ich immer noch die Sniper nutzen. Guck mal, hier lag noch ne Waffe. Hast du die überhaupt gesehen? Nö, ich bin tot. Ja, es gab einen Shotgun, ne? Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Seit der Elfe war mir die Mocken, die tun auch. Krieg ich eine Shotgun? Nö. Ich dachte, super geil, ist unverwundbar! Dann bist halt unverwundbar. Boah, wieso gibt's diese dummen Schränke, ey? Die haben nichts gebracht. So, ich fall jetzt auch hier runter. Wieso bist du komplett runtergefallen? Weil ich's kann. Alter, ich muss hier ganz vorsichtig hier runterklettern... ...und du fällst einfach in die gesamte Brüstung da runter. Ich stell jetzt mal direkt einen Jump. Guck mal, hier kann ich runter. Warum soll ich runter, wenn ich hier weiter kann? Ablaube. Hast du, ne, Dings gefunden? Mhm. Der ist immer noch nicht tot. Alter, stößt doch... Fimmelsdruck, der lädt schon wieder rum. Ja, hier oben. Ich geb dir, äh, Luftuntersitzung. Ich geb dir, äh, Luftuntersitzung. Rundschaft. Niemand mag die neuen. Ja, 500 Jarvos töten hab ich auch schon. Welcher mir Gegner als du gekillt hab, hab ich die Folge gehabt. Fies. Ich sag. Oh Junge, diese blöden Arschlöcher schießen grad auf mich. Wo bist du denn? Ich bin hier unten. Ähm, jetzt. Schießen halt auch nicht. Ne, grad auf mich. So. Du musst mir jetzt aufmachen hier für mich, ne? Noch eine. Na gut. Also nochmal. Ja geil, die sind Green Earth. Cool. Scheiß Dinger spawnen. Aber einige von denen. 5,56 Millimeter. Ach, das war die Bärkommander. Warte mal, ich kann dir helfen. Zack. So, einmal nachgeladen. Ja, ich hab die so schon vorgeschwächt, du. Junge, diesmal wieder hier. Soll ich dir denn helfen, oder? Das diesmal wieder hier. Unlangbares Pack, ey. Junge, lass euch erstmal in Ruhe mein Inventar hier verwalten.